Hi Flicks, ich bin's wieder auch, Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein neues Reaction-Video zu unserer lieben Lalisa von Blackpink. Und zwar hat sie wieder einen neuen Werbespot für Bulgari und ich freue mich übelst drauf, Leute. Und falls ihr euch fragt, warum ich gerade so aussehe und einen Mundschutz trage, vor allem im Innenraum und dazu noch falsch, es liegt daran, weil ich vor fünf Tagen, also am Montag, eine Weisheitszahn-OP hatte und meine Wange so krass angeschwollen ist und echt, ich will euch diesen Anblick ersparen. Deswegen habe ich mir was Kreatives überlegt und ich dachte mir so, oh, Mundschutz passt doch ganz gut, das verdeckt ja die Schwellung. Und vielleicht rede ich auch ein bisschen komisch, weil ich noch nicht ganz meinen Mund aufmachen kann, deswegen, ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir starten mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. So, ich bin gerade auf YouTube und habe das Video bei Blackpink Story, so heißt der YouTube-Kanal, gefunden. Und zwar heißt das Video Lisas Mission with Bulgari, New Bulgari Ambassador. Okay, guys, are you ready? Let's go! Yes! Mission with Bulgari. Oh my God, look at the smile. I can't... Was steht da? Show us a date look. Then wink. Oh my God, wie cute. Ist das so eine Challenge vielleicht? Also ein Date look anziehen und dann... Awww. Awww. Sie winkt noch so viel süß ist das, denn I'm dying. Oh my God. Cute V-Sign. Ich muss immer an V am BTS denken, er macht auch immer so am V. Take a selfie. Ah, ich glaube, das ist ehrlich so eine Challenge, oder? Oh, so cute. Lovely pose. Awww, look at this. So cute. Mit ihm herziehen. I'm dying. Yes, der schöne Bulgari-Schmuck. Was stand da nochmal? This is Lisa, I'm the new Bulgari-Ambessador. Uh, yes. Bulgari-Rome. Oh my God, so pretty. Ah, das war noch so ein extra-Clip sozusagen, glaube ich. Das waren, glaube ich, zwei verschiedene Clips. Also in dem Fall zeigt sie uns so verschiedene Botschaften. Beispielsweise hier. This is Lisa, I'm the new Bulgari-Ambessador. Beispiel. Oder halt so was. Show us a date look. Also ich glaube, das ist eine Challenge, oder? Also wenn ja, dann müssen wir Blinks unbedingt mitmachen. Ich finde die Challenge voll cool. Kann man da ein Fan-Meeting mit ihr gewinnen? Oh, so cute. Also das ist also ihr Date-Look. Really, really cute. Oh, ihre Haare sind so schön. Ich liebe sie einfach. Also lang gefällt mir ehrlich gesagt mehr, weil das so cute aussieht. Aber das sieht halt so voll Frau aus, ne? Also so richtig erwachsen. Aber ich mag die Frisur auch mega, vor allem schwarz. Oh mein Gott, I just love black color on her. Oh, so cute. So Leute, wieder ein sehr kurzes Video. Die Werbespots gehen ja meistens noch nicht mal eine Minute, ne? Also ein Werbespot selbst. Da Lisa ja der neue Ambessador für Bulgari ist, hoffe ich natürlich, dass noch mehr Clips von ihr auftauchen, zu dem ich reagieren kann mit euch zusammen. Deswegen Leute, immer schön die Augen aufhalten. Und ja Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und subscribe, nicht vergessen, macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Folgt mich gerne auf Instagram, um ebenfalls nichts zu verpassen. Und links, ich bezahle. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020